In dieser Aufgabe gilt es ein Spiel zu entwickeln, in dem schon einige verschiedene Konzepte in Verwendung sind. Schauen wir uns das Spiel einmal an. Wir haben ein UFO, das wir mit der Neigung steuern und immer wenn wir auf den Bildschirm tippen, schießt das UFO einen Stern ab. Wenn dieser Stern den herunterkommenden Alien trifft, bekommt man einen Punkt. Natürlich taucht der Alien immer an unterschiedlichen Stellen auf. Wie du siehst ist dieses Programm schon ziemlich komplex. Bevor du mit dem Programmieren anfängst, überlege dir zuerst, was deine Objekte alles können müssen. Eine genaue Überlegung kann nachher viel Zeit sparen. Hier noch ein kleiner Tipp, wie du die Sache mit dem Stern hinbekommst, damit er immer an der Stelle erscheint, wo sich gerade das UFO befindet. Zuerst einmal brauchst du eine Variable. Immer wenn der Bildschirm berührt wird, wird diese Variable auf den Wert der x-Position des UFOs gesetzt. Gleichzeitig soll nun der Stern erscheinen, und zwar an der Stelle, wo sich das UFO befindet. Der Stern braucht somit für die richtige x-Position den Wert der Variablen. Der y-Wert bleibt immer gleich, da sich das UFO nicht rauf oder runter bewegt. Viel Spaß beim Tüfteln! Tüfteln 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 Tüfteln